Hallo liebe Freunde, Freunde, willkommen mit dem S-Guard auf YouTube, ihr habt es wieder geschafft. Heute gibt es eine Art Auflösung, denn manche von euch können sich vielleicht entsinnen. Wir haben aufgerufen Fan-Fictions zu schreiben mit den Begriffen High-Speed-Internet, Gaming und Auto. Auto war es uns, ja, aber es ist rausgebrochen. Es sind über 1000 Fan-Fictions eingegangen und wir, Freunde, haben natürlich die Qual der Wahl gehabt und mussten eine davon aussuchen und ich kann feierlich verkünden. Die Juliane hat es geschafft! Was draus geworden ist und was ihre Geschichte ist, das seht ihr jetzt. Hey, ich bin gleich da. Warte. Alter, wo bist du, Mann? Ich bin gleich da. Ich bin hier alleine, jetzt beeil dich mal. Ich bin gleich da, warte, geh noch nicht rein. Alter, wo rennst du denn rum da? Hey, die sind ja schon alle bei dir. Ja, ich weiß, wo bist du denn? Ja, warum rennst du denn da rein ohne mich? Weil ich da rein muss. Killst du da wenigstens weniger? Komm. Alter, wieso killst du denn da rein? Was soll ich denn hier alleine machen, Mann? Ja, weil du am Anfang zu schlecht warst, verlieren wir jetzt. Ja, ich spiele alleine. Nur weil du so schlecht bist. Alter, du bist der Schlechteste. Alter, ich kann auf meinem Handy alleine besser spielen als du, Alter. Hier, guck. Was, guck? Ist du bescheuert? Was ist denn hier los? Er schafft es nicht mal fünf Minuten, sich da zu konzentrieren. Ey, genug, weil du hier wieder nichts kannst, Mann. Mann, das ist ein Spiel. Ringt euch mal ab, ey. Ja, aber übertreib halt mich. Was war denn da? Ja, wir haben halt gezockt, aber da kann halt nichts, ne? Ey, warum passiert das genau heute? Was ist denn daran jetzt so schlimm? Mann, ich hab extra einen Wagen geholt, das weißt du, dass wir heute Abend einfach eine geile Zeit haben können. Und jetzt läuft er einfach weg. Ach so. Ja, er kriegt sich schon wieder ein. Ja, was soll ich jetzt machen? Den Wagen abbestellen oder was? Keine Ahnung. Ja, red doch mal mit dem oder so. Ja, ich bin 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 ja. Hallo? Ist das wieder? Geh doch an! Wo ist denn James jetzt? Hast du ihn gesehen? Naja, keine Ahnung, wo der ist. Was machen wir denn jetzt? Ist das in seinem Zimmer oder so? Ja, ich schau mal. Warte mal. Hä? Der hat ein Video geschickt. Was ist das? Ey, was ist denn los? Geht mal an euer Handy ran. Ich schläg hier im Fahrstuhl fest, holt mich hier mal raus. Was? Der hat das hin. Jengiz? Hallo? Wo bist du? Ich glaub ich bin an der zweiten. Zweit, was? Alter Scheiße. Jengiz? Ich bin hier. Mach die Tür auf. Warte, warte. Okay, ein bisschen. Alter. Komm, komm, komm. Das Mini-Spalt schon auf. Zieh, zieh, zieh. Und jetzt, jetzt, jetzt. Warte. Okay, alle zusammen. Und? Rauf aus diesem Teufel. Alter, was war los? Keine Ahnung. Der Fahrstuhl ist stecken geblieben und zum Glück hatte ich Internet, um euch Nachrichten zu kriegen. Mann, wir haben dieses Video gesehen und sind sofort hier hingewandt. Danke, ey. Kein Ding. Sorry nochmal wegen Folgen. Fassen. Du kannst ja nichts dafür, dass du nichts kannst. Ich muss deine Inkompetenz wieder ausbaden, ey. Komm, lass zum Wagen, Alter. Lass los vor dem Wagen. Er hat einen Wagen geholt. Er hat einen Wagen. Er hat einen Wagen. Einer fährt. Okay, okay. Und? Oh! Shit! Egal. Lass los. Oh, nice, nice. Geht's los hier, ne? Oh, shit, Alter. Ja, nice. So nice. Oh, nice. Oh, so geil, Mann. Ja. Das ist so nice. Das ist es, liebe Freunde. Das war's. Wir haben, glaube ich, einen ganzen Tag dran gedreht gehabt, ne? Weil das so richtig, wir wollten das so richtig schön machen an dieser Stelle. Ein Dankeschön an Juliane für die Geschichte. Ein Dankeschön aber auch an alle Einsendungen da draußen, die vielleicht jetzt nicht drangekommen sind. Vielleicht beim nächsten Mal, liebe Freunde. Und das letzte große Dankeschön geht raus an Vodafunk-Holier. Das war ein sehr schöner Drehtag. Auch Grüße an euch. Ich denke, ihr seht das gerade irgendwie. Ja, das war's von dieser Aktion. Ich würde sagen, die Sache ist abgerundet, beendet. Danke an alle, die mitgewirkt haben. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Tschau. II Bis zum nächsten Mal.